Ich will gerade Skaten, dann will ich auch klettern, was mache ich denn da? Na gut, dann mache ich es doch einfach so und jetzt klettern ich hier hoch. Geil! Patentiert die Idee Skating Assassin, kommt bald! So ihr Nudels, jetzt habt ihr es gehört, das wird ein ganz tolles Video Skating Assassin, habe ich jetzt Patent angemeldet, wird richtig gut. Und noch dazu weiter 20 Uhr streamen, aber Leggy ist deswegen auch schon ganz traurig. Unser Internet ist zur Zeit mehr so Wehrmachtsleitung, wir haben da Probleme mit dem Anbieter, deswegen kann das sein, dass das Leggy wird bis zu Komplettausfall. Außerdem ist Franz noch krank, was auch nicht so gut ist, weil das ja sein Zimmer ist, das große Twitch Headquarter. Wir werden sehen, 20 Uhr auf Twitch.